was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von mafia der definitive edition so wir suchen jetzt hier weiter und wissen gar nicht was hier eigentlich los ist liebe leute wir suchen sam aber finden ihn halt nicht keine ahnung wohin ist carlo falcone die häuwer ab jetzt würde ich auch sagen schauen wir mal was denn hier wird von stadt hier okay hier ist jemand tot hey kumpel du zuerst wir haben keine zeit dafür tut mir leid daneben auf die hafentur also gut hierher ich hab ihn festgenagelt okay was geschieht mir warum dauert das so lange wir haben gesucht hast du ihn gefunden noch nicht nur den kanadier ich wette der rest liegt auch mit dem gesicht nach unten im match polizei das sind cops tommy wie sollte ich das wissen hab keine marke gesehen hab nichts gesagt ich steh'n auf morelos gehaltswiste der bastard nicht mehr das konnte er uns lassen vergiss es tom wir müssen Sam finden und verschwinden bin ich dabei border patrol ist doch die grenz polizei dieser kerl ist verdammt hart das müssen cops von der grenzkontrolle sein polizei 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 ich wollte nur nachladen polizei 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 Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Arme Kerle. Gehen wir mal schnell hier rein. Ja, die Grenzpolizisten haben keine Lustrecksarbeit. Ja, hallo. Erste Hilfe. Danke. Okay, hier ist in der Zeit auch nichts mehr drin. Okay, was geht jetzt hier ab? Oh, fuck. Ja, ja. Ich schieße dir genau ins Gesicht und du willst mir sagen, dass er das überlebt. Boah, ist das ein Wetter. Aber die Wettereffekte sind mega geil. Okay, nächstes Mal viele. Zwei Stück. Boah, ich habe den Gangs gesehen. Moment. Bitte. Hey, Polly. Sammy, oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Ich habe was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 haltet los. Ich hole den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komme zurück, blitzschnell. Hey, 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 alles wird gut, Sam. Oh, ich habe das geschafft. Es geht weiter. Wo sind all die Kerle hergekommen? Hier, ich frage sie mit dir. Dann gehen sie heute. Oh Gott sei Dank, wir sind gekommen. Von den verwundet. Ach. Kommt, mach sie alle! Wie ich bin noch am Arzt. Kommt, komm! Geht mit dem Wetter! da ist der rücker du hast die medis danke scheiße wo ist der verdammte truck ja heidel ist ja das ist ein riesen fehler hier runter zu gehen der eine man kennt seine an ersten wagen haben gut gekriegt beim letzten war ich jetzt einfach zu überall gefreut dass schon hergegangen wird wo die alle kriegen ich wollte nur tom beschütten äh tommy sag ich schon genau ich beschütze mich selber das ist immer am besten das ist wirklich sehr malig so viel blut so sie ist auch Die Gäste! Ihre Position! Los! Lass sie nicht dran! Ich bin auf Uno, Momento! Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Das war immer noch nicht! Ja, ja! Ja! Oh Gott! Tony und Donnie auch? Ja! Verdammtes Massaker! Wie geht's Sam? Na ja, halbweg stabil! Ich hole ihn! Bleib wachsam! Bleib wachsam! Pfff! Armer Sam! Was hat er für Revolverkrieg gemacht? Ja, natürlich! Was ist das? Pauli! Noch mehr Gesellschaft! Okay, runter! Ich bin hier selbst! Munition und Thompson sind da hinten irgendwo! Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung! Lass sie bloß nicht an uns vorbei! Direkt zwei, drei! Siehst du denn noch? Das ist ein Mörderding! Wo zur Hölle kommt der Truck her! Wo zur Hölle kommt der Truck her! Den ersten aber! Haben wir sie abgehängt? Glaub nicht! Die sterben einfach nicht! Ja! Er ist tot! Einen hab ich! Okay! Sie kriegen Verstärkung! Pauli, Sie sind zu nah dran! Ich gebe noch schon Vollgas! Puh! Nope! Zwei Streifenwagen! Oh Scheiße! Wir kriegen ergetauscht! Sie sind nicht hinter uns! Sie sind nicht hinter uns! Ich sehe ihn nicht! Okay! Oh oh! Ach du Scheibenkleister! Ach du Scheibenkleister! Ich nehme mir nichts mit! So! Er ist... Er ist... Ja, alles klar, da kommen noch mehr. Warum nicht gleich so, Pauli? Warum nicht gleich so? War das ne heftigere Echsen? Das ist unfair. Ja, was soll ich denn da machen? Wie soll es denn schaffen? Fragen über Fragen, die noch in dieser Folge geklärt werden. Nice, gezeigt. Okay. Nice. Puh. Alter Falter. Ich bin auch geschafft. Okay, wir sind da. Tom, du trägst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam. Sam. Geschafft. Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon drei. Pauli. Was zur Hölle machst du hier so spät? Okay. Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring den rein. Okay, danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Dann müssen nicht auch noch wir beide rumschwimmen. Geht, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Du hast dich gut geschlagen. Danke. finde ich dir vor Ort des rausklafen das war esので більig. Grad? Ok, liebe Freude. Das war's am Ende an diese personne. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn es euch ganz gefallen hat, lass gerne einen Wert und da gib es dir. Support ist kein Mord. Bis zur nächsten Folge. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.